Hallo liebe Netz-Community, wir hatten gerade unsere Sitzung der AG IT und Informationsgesellschaft in der FDP-Fraktion und haben gerade den Startschuss für die Dialogfunktion unserer Website openenquete.de gemacht. Ab jetzt habt ihr die Möglichkeit, auf allen unseren Kanälen teilzuhaben und mitzuwirken an unserer Arbeit in der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft. Dafür steht euch unsere Website zur Verfügung mit Kommentarfunktionen. Wir haben dort auch seit heute die Glossare, also die erweiterten Beschreibungen der einzelnen Punkte, der Aufträge der Enquete-Kommission für euch freigeschaltet. Außerdem gibt es über die Facebook-Seite die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Wir haben im Blog die Kommentarfunktion und euch steht natürlich auch die Möglichkeit offen, mit uns über Twitter in Kontakt zu treten. Wir finden es wichtig, dass ihr euch an der Arbeit beteiligt, uns Input gebt, wir mit euch kommunizieren. Wir freuen uns auf viele Beiträge und auf eine spannende Zeit auch in der Enquete-Kommission. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.